Das größte Anliegen ist Freude an der Medizin, Freude an der Pflege zu vermitteln und das einfach mit großem, großem Realitätsbezug hier im Simulationszentrum. Wir haben deshalb den inhaltlichen Fokus sehr stark auf Praxis, Praxis, Praxis gelegt, also praxisorientierte Workshops. Ich finde die Summerschool der Kages voll super, weil es eine super Vorbereitung für den Berufsalltag ist. Weil wir Simulation lernen, unter Druck im Team zusammenarbeiten. Wirklich unter ruhigen Bedingungen einfach alle Fragen zu stellen, vor allem die praktischen Skills sich anzueignen. Ja, was für 4 Jahre pro acke. Und den Bedingungen Verkauf Szenruts Wunsch 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 Vielen Dank.